Ja und um die aktuelle Situation in der Ukraine einzuordnen, schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Udo Lelischkis nach Moskau. Udo, die Separatisten, so hören wir es zumindest, hätten sich offiziell der Waffenruhe der Regierung angeschlossen. Ist das ernst zu nehmen? Dann beginnen wir einfach mal mit den leichteren Fragen und den wenigen Fakten, die sicher erscheinen. In der Tat hat gestern Alexander Baraday, der Premierminister der Volksrepublik, dann jetzt im russischen Fernsehen live verkündet, jawohl es gibt eine Feuerpause. Das wurde auch bestätigt dann von André Parobi, dem Sicherheitsratschef in Kiew, der sagte, das gibt die Chance bis Freitag Gefangene auszutauschen. Da geht es vor allem auch um die OSZE-Beobachter und auch Infrastruktur zu reparieren. Sie wissen, da wurden Wasserleitungen zerschossen und ganze Gebiete haben kein Wasser mehr. Das sind Fakten. Die spannende Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht. Frank-Walter Steinmeier, ich habe es eben schon erwähnt, wird heute nach Kiew reisen. Was haben wir da zu erwarten? Nun, Steinmeier hat in diesem Konzert der Europäer ja immer die Rolle des Optimistischen gespielt, im Gegensatz zu seinem britischen Kollegen, der eher schärfere Töne anschlug. Sie haben auch eben gehört, Steinmeier hat Hoffnung geäußert, aber er wählte natürlich den Konjunktiv. Er sagte, diese Gespräche könnten eine Chance bedeuten. Er wird eruieren in Kiew, gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Pataschenko, wie die Europäer helfen können. Aber ich glaube, eine allzu große Rolle können die im Augenblick nicht spielen. Das entscheidende Instrument, das sie haben und ja auch ständig diskutieren und auch am Freitag im Kreis der Regierungschefs diskutieren werden, ist ja die Frage der Sanktionen, die, so erscheint mir, ist zunächst einmal vom Tisch, weil diese Verhandlungen zustande kamen, weil dieses Angebot der Separatisten passierte. Wladimir Putin hat also offenbar das getan, was ja sehr nachdrücklich von ihm gefordert wurde, nämlich seinen Einfluss auf die Separatisten auszuüben und diese zu Gesprächen zu bewegen. Das aber ist nur ein allererster Schritt. Der kann Hoffnung erzeugen, aber es bleiben große, große Fragezeichen, nämlich wie soll es weitergehen. Die Positionen der beiden Parteien sind extrem weit auseinander. Diese Separatisten wollen eine Anerkennung ihrer Volksrepubliken. Das ist für den ukrainischen Präsidenten völlig unvorstellbar. Der hat ja einen Friedensplan vorgestellt und bietet ihnen einen freien Abzug nach Russland. Es sind ja viele Kämpfer aus Russland da, eine Amnistie für diejenigen der Separatisten, die keine schweren Verbrechen begangen hätten. Und dann bietet er an, natürlich, das ist ein entscheidender Punkt, weitere Autonomien für den Osten der Ukraine, zum Beispiel soll ein Teil der Steuern dort bleiben dürfen. Aber wie diese beiden Positionen zusammenkommen, ist sehr, sehr unklar. Und vor allem muss man wissen, dass die Separatisten natürlich kein homogener Verein sind, sondern das sind bis zu 30 verschiedene Gruppierungen mit durchaus unterschiedlicher Agenda. Da gibt es ja den Kommentar, der Kampfname, der sich relativ losgesagt hat von allem und seinen eigenen kleinen Krieg dort führt. Kurzum, ein wirklich sehr verwegendes Paket von Akteuren, Motiven und Zielen. Und man darf wirklich sehr gespannt sein. Ja, das klingt kompliziert. Sie haben eben schon die Sanktionen angesprochen. Ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Ist das etwas, was Präsident Putin wirklich beeindruckt, dieses zarte Säbelrasseln, wenn ich es mal so nennen darf, der EU? Ja, natürlich. In den letzten Tagen haben wir ja beobachtet, dass die Dynamik sich gegen ihn richtete. Palaschenko hat einen einseitigen Waffenstillstand verkündet. Das schuf Druck, das zerstörte ein bisschen das russische Narrativ, dass die bösen Ukrainer da alles zusammenschießen. Das machte es schwieriger für Putin. Es hat auch die Europäer zusammengebracht. Die Ankündigungen oder Drohungen wurden doch deutlicher und immer klarer, dass wenn Putin nicht sofort jetzt was unternimmt, dann würden diese Sanktionen kommen. Die fürchtet er. Das ist völlig klar. Schon die ersten beiden Runden, die ja fast schon eher in symbolischer Natur waren, haben Wirkungen hinterlassen. Und eine wirklich massive dritte Welle von Sanktionen würde ihm sicherlich schaden. Das hat er hiermit vermieden. Er hat dieses Momentum der westlichen Länder erstmal gestoppt durch seine Geste. Spannend ist natürlich, für wie lange das anhält und ob das ein, so glauben natürlich einige Skeptiker, ein taktischer Schachzug nur war, der auch das Momentum der ukrainischen Armee stoppen sollte, die ja durchaus große Erfolge hatte, die den Separatisten schwere Verluste zugefügt hatte. Es gibt also durchaus kritische Zeitgenossen, die glauben, Putin möchte da nur ein bisschen Luft schaffen für weiteren Nachschub und ein neues sich aufstellen der Separatisten. Vielen Dank für die Analyse Udo Lelitschkis aus Moskau.